Die neuen Antonius-Diensttage, erster Dienstag, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die neuen Antonius-Diensttage ist ein inständiges Gebet an neun hintereinanderfolgenden Dienstagen, um die Fürbitte des heiligen Antonius vom Padua zu erlangen. Erster Dienstag, heiliger Antonius, der du mit wunderbarer Treue dem Rufe Gottes gefolgt bist und deine Jugend durch deine Tugenden geheiligt hast, hilf uns durch deine Fürbitte, die Leidenschaften zu beherrschen, den Leib in Zug zu halten und mit starkem Willen allzeit Gott treu zu dienen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Mit der Neid zum Heiligen Antonius vom Padoa. Herr, erbarme dich, unser. Herr, erbarme dich, unser. Christus, erbarme dich, unser. Christus, erbarme dich, unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel. Erbarme dich, unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Erbarme dich, unser. Gott, Heiliger Geist. Erbarme dich, unser. Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Erbarme dich, unser. Heilige Maria. Bitte für uns. Heiliger Antonius vom Padua. Bitte für uns. Du treuer Diener des Allerhöchsten. Bitte für uns. Du Zierte deines Ordens. Bitte für uns. Du Säule der Kirche. Bitte für uns. Du Mann nach dem Herzen Gottes. Bitte für uns. Du Lilie unversehrter Reinheit. Bitte für uns. Bitte für uns. Du Liebhaber der Armut. Bitte für uns. Du Muster der Demut. Bitte für uns. Du Vorbild des Gehorsams. Bitte für uns. Du Spiegel der Geduld. Bitte für uns. Du Lehrer der Jugend. Bitte für uns. Du Apostolischer Prediger. Bitte für uns. Du Besieger der Ungläubigen. Bitte für uns. Du Schrecken der bösen Geister. Bitte für uns. Du Tröster der Betrübten. Bitte für uns. Du Bode des Friedens. Bitte für uns. Du Erwecker der Toten. Bitte für uns. Du Helfer der Notleidenden. Bitte für uns. Du Erlöser der Gefangenen. Bitte für uns. Du Wiederbringer verlorener Dinge. Bitte für uns. Du Mächtiger Fürbitter. Bitte für uns. Du großer Wundertäter. Bitte für uns. Du liebevoller Schutzpatron. Bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich, unser. Bitte für uns, o heiliger Antonius. Dass wir würdig werden der Verheißung an Christi. Lasset uns beten. Wir bitten dich, o Herr. Lasse uns durch die Verdienste und Fürbitte des heiligen Antonius, deines glorreichen Bekenners, in allen Anliegen und Nöten, Trost und Hilfe zuteil werden. Verleihe uns, dass wir mit deiner Gnade deine heiligen Tugenden erlangen und der eins mit ihm und all deinen Heiligen in der ewigen Herrlichkeit vereint werden. Amen. Segen des heiligen Antonius. Seht das Kreuz des Herrn. Flied, ihr feindlichen Mächte. Gesiegt hat der Löwe aus Judah, aus dem Stamme Davids. Halleluja. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Vielen Dank.